Hier geht es zur Sache. Und zwar auch schon bei den ganz Kleinen. Die jüngsten Teilnehmer sind gerade einmal 4 Jahre alt, aber schon echte Profis. Im Glaspalast in Sindelfing werden insgesamt 12 Stilrichtungen im Fudokan-Karate gekämpft. Das kann das klassische Duell sein oder alleine gegen den imaginären Gegner, aber auch mit Waffen Kobudo genannt. Karl-Heinz König will bei den Veteranen mit Perfektion brillieren. Da gibt es gewisse Anforderungen an diese Ausführung. Dynamik, Schnelligkeit, Präzision, Stände und, und, und. Die finden dann in der Bewertung ihren Ausschlag. Auch zu den Waffen gehören Sicheln, Seigabeln und Schlagstöcke. Am Stock ist Karl-Heinz König fast nicht zu schlagen und erkämpft sich den Fudokan-Vize-Weltmeistertitel im Kobudo.